und damit Hallo und herzlich willkommen zu dead by daylight mit Niklaus und Leon so funktioniert es mit zwei Totsprungen das ist so nice deswegen war ich auch Halbgrund okay ich mag die Map ich mag die Map nicht ich gucke mich aber direkt um ob die Sawdinger sehe weil das war das letzte okay Killer ist bei mir ich weiß nicht welches ist ich habe nur übelts Härtschlag okay ja find mal raus welcher es ist jetzt habe ich keinen Härtschlag mehr wajuu oh Gott das ist diese komische Hexe oh ne die blaue mit so einem Katana ja ja das ist die neue soja die neue ich hab die blaue verstanden ja die ist ja auch glaube ich aber der andere auch er ist sie ist ich glaube ich bin an dem Generator den du angefangen hast mir scheint ich bin entkommen nevermind echt die kann sich so nach vorne porten so ganz komisch ja wenn die stehen bleibt und sich so komisch bewegt dann ist das nur so ein Trugbild und sie rennt heimlich also unsichtbar weiter ja ich hab gleich den Generator Leon du nimmst nicht auf ne lauf mal bitte woanders hin oh fuck Leon lauf nicht hier hin mann geh weg ja es könnte sein dass ich sie mitgebracht habe sie ist hinter mir ne ja ja du liegst auf dem Boden und du bist tot denk die mal ab ich kann einmal selbst aufstehen ach ich bin grad voll an dir vorbei gelaufen ja ich hab nen Generator für dich gemacht alter die steht in der Mitte Leon ich helfe dir warte ich bin schon bei Leon nein doch aber ich kann viel schneller rein aber ich bin schon fertig aber ich kann viel schneller rein ich kann viel schneller rein ok dann mach du den Reiser nein wir können das zusammen machen dann gehts noch schneller aber ich mag es nicht alte Männer zu betatschen du stehst auf jeden Fall nur auf alte Männer gar nicht jetzt geh doch mal weg man ja block nicht erstmal hier wir können auch zur dritte nen Generator machen Basti ja ok dann komm ich zu euch aber vielleicht hilft einer von uns der Perle da hinten nö Hütchen hilf du ihr doch ist doch deine beste Freundin ich hab Hütchen gesagt gut ich geh hin oh shit der Killer kommt hier hin der Killer kommt gerade auf und zu Leon ja oh Gott der hat dich gesehen haha aber ein gutes Versteck danke ich schlafe mal zu da Niklas ja ich auch haha oh man wie bist du richtig in der Kiste na gut ich geh da hin du kümmerst dich um Leon Leon ja ja ich hoffe er wird jetzt nicht im Haus aufgehangen hoffentlich wird er im Keller aufgehangen oh nein bitte nicht den da raus zu kriegen hier ist ein komisches Pferd dieses tote Pferd keine Ahnung ob es tut nein das hat sich bewegt was macht sie sie hat mich angestarrt hat sie weggegangen hat sie sich so komisch bewegt so rumgeknackst das war die Temperatur ne dann geht die weg wuuu eier ist die Ball hier ja direkt in meinem Gesicht gewesen ok Leon ich helfe dir und ein bisschen da hinten in die Ecke irgendwo Sebastian fuck komm hier hin sie macht dieses Trickbild fuck ja ich heil den Leon erstmal ja ich komm zu euch und ich bring den Killer mit ja ich seh ich hab euch grad gesehen boah alter wuuu ich laufe zu nem general da Leute ich brauch eure Efe ich seh dich nicht ich hoffe ich hab grad Basti gesehen und nicht Niklas was ok das war was oh nein alter sie machen meine ganzen Dinger kaputt wie drüber schlimm äh oh hier ist ein Generator Leute ich werde echt lange verfolgt hier kann mir jemand helfen na wieso ist doch gut dann können wir in der Zeit die Generatoren machen ja den einen machen wir grad zu dritt da sind wir superschnell fertig mit hallo na hihihi oh Lea und Andiklas ist es denn wahr das war doch nicht absichtlich ich wusste ja nicht wo ihr seid sie rennt trotzdem mir hinterher ich mach auch weiter hier fuck off alter ja direkt hier ist ein Haken ja hab ich versucht das hat nicht gesehen naja versteckt euch versteckt euch na Lea und sie kommt hier hinterher also weiß halt wer damit skill ist da deswegen hing ich ja auch schon noch Leon ja die ist echt schnell man ich finde die auch richtig mies leider ich hab noch nicht so richtig raus wie man vor Killern vernünftig weg läuft ja basti auch nicht ne ich absolut nicht also ich weiß dass du zwischendurch hindernissen suchen musst oder so wo du rüber springst aber ich krieg's halt auch voll oft nicht hin ja am besten die Paletten die man umwerfen kann und wenn er direkt hinter oh die sind grad hinter uns lang die sind grad direkt neben mir lang gelaufen Alter Leon geh doch weg man oh fuck man oh fuck direkt neben mir ist der Haken ja ich hab halt nicht so ne ich hab halt nicht Eile in dieser Paletten gefunden ja ich hab grad sehr viele verbraucht als ich rumgelaufen bin Leon ich bin in deiner Nähe ich auch möchtest du das machen Basti nein ich mach erst den Generator wir sind noch bei dir Leon ne ist es weggegangen oh das ist ja direkt vor mir oh ja gut und ich höre dich es ist ein schöner Jahrmarkt hier die Musik und so ja ich hole dich hallo vielen Dank kommst du soll ich dich rein wo gehst denn du hin ah da wohin willst du jetzt bleib doch stehen ja lass mich stehen geblieben du bist weitergekommen sie steht rum sie kommt oh fuck ich war so abgeregt sie ist da ich rette mal die andere ne in der Zeit der letzte Generator wo du bist auch wollt ihr mich verarschen ihr rennt ernsthaft hier hin ich nicht ich bin weg Leon wo bist du Leon nein da kann man nicht drüber ich hab den Schlag abgefangen ich hab den Schlag abgefangen ich hab den Schlag abgefangen ich dachte du hättest dich noch nicht runter geholt ich heil mich erstmal selbst Niklas machst du einen Ausgang ja kann ich gleich machen aber ich seh halt alle Verletzten ne ja ich heil mich gerade ja ich heil mich gerade ich geh erstmal Leon helfen Leon werbstehen fack es reicht nicht ganz ich kann gleich zu dir kommen ja hallo bestes Perk alter ah die ist jetzt tot ja egal ähm lass uns den Ausgang suchen da hinten war einer Leon komm hier hin hinterm Zirkus war eine wo seid ihr gerade? oh hier ist die Luke hier ist die Luke übrigens Basti hier lol schwupps 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 komm hier hin ich will den rein oh ich hab sie gesehen ich bin zurückgeleckt das war praktisch fuck ja mach den mal offen ey Basti hi hi hallo hallo ah mama ja tut sie natürlich tut sie das ja Leon wie weit ist der Ausgang? oh Leon sorry dass ich bin zu dir gelaufen ja gut aber ich bin entkommen also ich glaub sie ja sie ist hinter mir der ist offen ja ich komme renn schon mal raus achso ich dachte du willst mich noch voll hallen nö nö warum bleibt meiner stehen das ist normal achso du rennst in die Ecke hallo hallo ey ich glaub das Spiel das Spiel schmiert ab das Spiel schmiert ab nö nö das Spiel schmiert ab nein oh wie geil das ist ne kann ich nicht kann ich nicht ey dein Ernst Spiel oh man Alter weil der Sohn auf den Sack bekommen hat und jetzt haben wir ach jetzt haben wir noch nie mal Punkte fürs Weggehen aber ne gute Runde aber ne gute Runde fast Skill Level 13 ich bin Skill Level 13 ja b**** das ist das ist das ist